Ja, das ist der Donate-Unterricht, aber anscheinend mit viel Praxisübung heute. Bin ich live? Mama, ich bin im Fernsehen. Was geht? Und willkommen zu einem weiteren Livestream, Friends. Lieber Einsatz 7b, ich hoffe, ihr habt vor der Stunde, wo ich mich leider jetzt ein wenig verschwetet habe, nochmal schnell die Hausaufgaben abgeschrieben. Und die Hausaufgaben waren natürlich, Memes in das Reddit zu posten. Zu spät gibt ein Eintrag, Spiegel. Aber irgendwie, irgendwie ist das alles schwammig. Wie Schwämme. Das war witzig. Es fängt wieder an. Ich brauche eigentlich gar nicht hier sitzen und reden, weil ihr macht das alleine. Willst du mich verblüter kaufen? Was geht denn hier auf, Mann? Ich mach doch noch nicht mal was. Willst du mich verblüter? What the? What the? Mäus. Ich mach doch nicht mal was. What the fuck? Ihr macht die Stunde alleine. Ich hatte, pack meine Sorgen und dass sie stehen. War schon im Lehrerzimmer keiner da. Was geht hier ab? Was zur Hölle? Was passiert hier? Das ist der Donate-Unterricht. Danke für sieben Euro. Das ist der Donate-Unterricht. Ich glaube auch. Ja, das ist der Donate-Unterricht. Aber anscheinend mit viel Praxisübung heute. Also ihr probiert euch hier praktisch sehr gut aus. Kann man jemand für ein Schulprojekt 100 Euro donaten? Ist es mir wert für den Laptop? Hey, was macht der Knopf da oben? Was zur Hölle? Alter, wir streamen seit 20 Minuten. Ich bin wieder unterwegs. Finde ich witzig. Anscheinend haben einige die Hausaufgaben nicht gemacht und müssen deshalb die Stunde irgendwie rumwahr. Ingen? Achso! Achso! Jetzt verstehe ich eure Taktik hier. Ihr habt alle die Hausaufgaben nicht gemacht und wollt die Stunde einfach bis zum Ende rauszögern, sodass wir dann leider nicht mehr dazu kommen, die Hausaufgaben zu kontrollieren. Warte, pack meine Sorgen und dass sie stehen. Was habe ich verpasst? Ähm... Ja. Das Reddit ist unser Klassenchat, Alter. Ich habe es bisher immer versucht wegzuignorieren. Also in allen Endcards von mir steht immer drin, Instagram, dieser Ansgar. Twitter, dieser Ansgar. Discord in der Beschreibung. Und ich habe locker in den letzten drei Monaten 10, 20 Kommentare bekommen. Hä? Wo ist denn der Discord, der angeblich in der Beschreibung sein soll? Ähm... Ich hatte Rücksprache mit einer Freundin gehalten, die mich darauf angesprochen hat. Und die meinte, die kennt sich auch grob mit aus. Also die kann so ein Discord einrichten und so weiter. Und zwar da werde ich mich, denke ich mal, so die Tage, Wochen da ran sitzen. Das ist die gute... Träume sind wahr, so wie Anime. Gibt es jetzt eine Spendeneskalation? Adi Gata, pack meine Sorgen und lass sie stehen. Weiß ich nicht. Ich würde lügen, würde ich nicht mit dem Server schon angefangen haben. Ist fast fertig. Okay, Leute, anscheinend habt ihr den nächsten Community Discord. Die unterhalten sich halt wirklich miteinander über die... Über den fucking Super Chat. Ey, das kann es hier doch nicht ausdenken. Was passiert hier? Achso. Nein, der Bär soll streamen. Dann habe ich meinen Job für heute. Erledigt? 2000 Jahre später. Abonniert Ansgar. Ja, ne? PSST, hey Chris, kannst du mir nennen Bleistiftlein? Bruder, hör auf, hab kein Apple-Guthaben mehr. Sag mal, wissen deine Eltern eigentlich, dass du deren Kreditkarte die ganze Zeit für YouTube-Donations belastest? Ja, hab ich. Ich will, was ich will, weil ich will. Ist ja okay. Ich will dich ja gar nicht abhalten. Aber der ein oder andere Aufmerksame wird hier schon... Meine Sorgen und lass sie stehen. Pack meine Sorgen und lass sie stehen. Jungi, Matt, du zahlst 2 Euro, um okay zu schreiben. Der ein oder andere Aufmerksame wird vielleicht schon das hier gespottet haben. Ans Garagentor. Der Kanal hatte, als ich den Stream gestartet habe, ich glaube, ca. 65 Abonnenten. Sayonara, Arigata. Meine Sorgen und lass sie stehen. Achso, okay, natürlich. Einfach so in der Minute 30, okay. Hibi fängt an und alle anderen sagen, okay. Ich bin so buff gerade von den ganzen Donations. Ich bin so buff gerade von den ganzen Donations. Ich dachte, sie haben IQ doch schon Geld davon gezahlt. Also, Mathelehrer werden sie nicht no front. Finde ich witzig. Meine Sorgen und lass sie stehen. Und wir sind wahr, so wie Anime. Arigata, pack meine Sorgen und lass sie stehen. Hotel? Trivago. Arigata, pack meine Sorgen und lass sie stehen. Dick Anton! The fuck? Äh. Äh. Hä? Meine Sorgen und lass sie stehen. Träume sind wahr, so wie Anime. Sayonara, Arigata. Pack meine Sorgen und lass sie stehen. Also wie Anime. Sayonara, pack meine Sorgen und lass sie stehen. Kleine Spende für die 187a Armbruchstiftung. Die 187a Armbruchstiftung, Alter. Okay, kann ich gar nicht. Baller meine Leid, klager meine Scheiß und du weißt, dass du mein Level nicht erreicht hast. Ah, halt's Maul. Ah, halt's Maul. Ah, halt's Maul. Bin ich witzig. Arigata, pack meine Sorgen und lass sie stehen. Arigata, pack meine Sorgen und lass sie stehen. Der Lehrer verlässt den Klassenraum. Die Paralleldimension kann eröffnet werden. Ihr dürft lästern. Pack meine Sorgen und lass sie stehen. Ich seh grad die Summe, die heute zusammengekommen ist. Also ich werd euch nicht die genaue Summe sagen, aber ich kann euch sagen, schon lange kein Spiel mehr. Krank, krank. Das ist so, es ist... Ich kann das gerade gar nicht realisieren. Was hältst du von den Menschen, die kein Like da gelassen haben? Schon cringe. Kommt Leute, wir raiden Hubie. Wir raiden Hubie. Erstmal lasst ihr ein Like da. Hashtag Ansgaragen Raid. Jetzt spammt alle in seinen Chat Ansgaragen Raid. Alter, da muss ich nochmal. Da muss ich nochmal. Ja, Mann! 50.000! Aber was zur Hölle ist das für ein Hashtag? Ansgaragen? Was sind denn Ansgaragen? Oh, Bro. Oder Ansgaragen? Oh. Was ist das für ein Hashtag, Digi? Ach, Ansgaragen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wie gesagt, Alter, gerade finanziell was heute abging, ist unnormal krank. Danke für alles. Und dann würde ich sagen, haut da rein, Friends. Tschüssi. Und nochmal schön auf die Glocke drücken, Leute. Tschüssi. 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 Tschüssi.